Herzlich willkommen. Ich bin's wieder, Ali, euer 3D-Tutor, und ich möchte euch in diesem kurzen und knappen Tutorial demonstrieren, wie ihr hochqualitative Logos in Adobe Illustrator erstellen könnt mittels künstlicher Intelligenz. Und ich habe schon einige Tutorials zu künstlicher Intelligenz gemacht, aber dieses Tutorial handelt jetzt von Vektorgrafiken, die mittels künstlicher Intelligenz erzeugt werden. Also nicht mehr pixelbasierte Grafiken, nicht mehr Bilder, sondern tatsächlich Vektorgrafiken und damit besonders geeignet für Logos oder dergleichen. Wir sind hier in Adobe Illustrator und ich habe hier einige solche Beispiele, die ich bereits mit diesem künstlichen Intelligenzwerkzeug erstellt habe, hier mal mitgebracht. Aber ich möchte ja mit euch neu beginnen. Das heißt, ich beginne hier mit einem komplett neuen Dokument, das ich noch nicht verändert habe, und starte hier mit euch durch. Bevor wir dazu kommen, kurz in eigener Sache vorab, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr dran bleibt. Abonniert also gerne den Kanal, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr euch weitere Tutorials wünscht. Und ja, gebt mir auch gerne einen Daumen noch nach oben. Und dann starten wir hier auf der rechten Seite im Eigenschaftenpanel und haben hier unser Text zu Vektorgrafik-Werkzeug. Wer es hier an der Stelle nicht sieht, der kann über Fenster gehen, der kann sich hier das Text zu Vektorgrafik-Beta-Fenster holen. Wer etwas irritiert ist wegen dem Beta und sich Sorgen macht wegen der kommerziellen Nutzung der erzeugten Grafiken, der kann hier mal auf die Adobe-Seite gehen. Ich werde euch die an entsprechender Stelle hier in der Beschreibung verlinken, sodass ihr das Ganze nachvollziehen könnt. Und da steht dazu drinne, wer kann Text zu Vektorgrafik in Illustrator nutzen. Text zu Vektorgrafik ist überall dort, Beta ist überall dort in der Illustrator-Anwendung verfügbar, wo Adobe seine Dienste anbietet und kann kommerziell genutzt werden und so weiter und so fort. Wer sich hier noch weiter einlesen möchte, kann das gerne tun. Hier stehen viele nützliche und informative Punkte drinne, insbesondere auch Tipps für einen effektiven Textprompt, also für die effektive Textzeile, für den effektiven Textbefehl, den wir erstellen. Beispielsweise beschränke dich auf drei bis acht Wörter mit einer Beschreibung, einer Figur oder mit den weiteren Tipps, die hier noch so sind. Deswegen beschränken wir uns an der Stelle eben auch auf so viele Wörter. Ich wähle an der Stelle jetzt erst einmal Motiv. Wir hätten auch eine ganze Szene oder ein etwas abgeschwächteres Symbol oder ein Muster erzeugen können. Hier in dem Fall für das Logo eignet sich das Motiv. Ich möchte den Detailgrad nicht noch weiter runterstellen, nicht noch weiter hochstellen. Das könntet ihr an dieser Stelle hier über das Zahnrad. Ihr könnt hier Beispieleingaben auswählen, die, die ihr auch hier seht. Oder aber ihr könnt einen Stil anwählen, den ihr nutzen möchtet. Eine Stilauswahl aus Referenzbild oder Grafik extrahieren, das möchte ich. Nicht und auch hier könnte ich an einer aktiven Zeichenfläche mich orientieren. Das heißt, wenn ich schon etwas erstellt habe, dann kann ich mich mit diesem Reiter hier daran orientieren. Möchte ich nicht. Ich möchte jetzt erst einmal nur ein Klempner, Klempner, Logo, Betrieb. Ja, ich möchte ein Logo für einen Klempner-Betrieb erstellen und sage an der Stelle, nachdem ich jetzt einfach mal hier einen runden Kreis aufziehe, einen runden Kreis, das ist gut, sage ich einfach mal generieren. Und dann wird er uns im Rahmen dieses Kreises einige Vorschläge für unsere Befehlszeile generieren. Das dauert einen kleinen Moment. Wir bekommen hier unsere ersten Beispiele, unsere ersten Ideen, die erste Vorschau unserer Ideen. Das füllt er jetzt hier nochmal ein bisschen mit Leben und Farbe. Und ich hoffe, dass da auch etwas Brauchbares bei ist und das ist gar nicht so schlecht. Also das könnte man hier tatsächlich auch schon nutzen. Ein bisschen kleiner machen vielleicht. Und dann packt man hier ihre Klempner. Lassen sie nicht im Stich. Oder aber, ja, also das ist hier wirklich nur eine Idee, wie ihr hier verfahren könnt. Wir können das Ganze in einem anderen Tutorial nochmal etwas vertiefen. Ich möchte hier an der Stelle nochmal auf die Pferde eingehen, weil ich das ja auch an der Stelle eben schon gezeigt hatte, dass ich das gemacht habe. Ich möchte hier einfach mal Pferd, Elegant und Logo auch ein Motiv und noch einmal generieren. Das hier spielt eigentlich erstmal keine Rolle, ob jetzt die Fläche gefüllt ist oder die Kontur gefüllt ist. Dass diese Zeichenfläche, die ihr hier aufzieht, die wird jetzt an der Stelle genutzt für das Logo, das wir hier generieren. Und das dauert eben jedes Mal seine Zeit, bis er das generiert hat. Und wir haben hier schon genau das, was ich euch eigentlich demonstrieren wollte. Ein so hervorragendes Logo, das man eigentlich direkt weiterverwenden kann. Ja, eigentlich bin ich direkt begeistert. Auch die Farbgebung hier stimmt mir schon, stimmt schon für mich. Ich kann hier natürlich noch beigehendes anwählen und hier ein anderes Pferd von den generierten Pferden anwählen. Also wer hier einen Reiterhof hat, der kann hier einfach Reiterhof daneben schreiben und direkt durchstarten. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr etwas mitnehmen konntet. Wir sehen uns im nächsten Tutorial.